Der Bundestag hat ein Gesetzespaket gegen den Pflegenotstand beschlossen. Mehr Geld für die Kinderversorgung, weniger unnötige Klinikübernachtungen und Entlastungen für Pflegekräfte. Das neue Paket soll die Arbeitsbedingungen der Menschen verbessern, die in den Kliniken arbeiten. Dafür soll ein neues Instrument der Personalbemessung kommen. Zur finanziellen Stärkung der Kinderkliniken erhalten diese in den kommenden zwei Jahren jeweils 300 Millionen Euro zusätzlich. Der Kinderschutzpunkt zeigte sich schockiert über die aktuelle dramatische Situation in den Kliniken und fordert rasche finanzielle Entlastungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017